Hallo und ein herzliches Willkommen zum Uploadplan für diese Woche. Diese Woche sieht ja wie folgt aus. Am Montag 14 Uhr Uploadplan. Um 16 Uhr dann Minecraft Resource Pack, die schönsten Tiertexturen. Am Dienstag, Donnerstag, Samstag um 14 Uhr gibt es jeweils eine Folge Keepsake. Mittwoch, Freitag und Sonntag Tiny City um 14 Uhr. Und dann von Dienstag bis Sonntag um 16 Uhr gibt es da Millennials Resort. Auf unserem Zweitkanal JustGaming gibt es am Montag und Freitag um 15 Uhr Raven und am Mittwoch und Sonntag um 15 Uhr Kingdom Come. Das war es dann auch schon wieder vom Uploadplan. Wir sehen uns dann in einem anderen Video. Also bis denn. Ciao, ciao.